17 Baustellen mit Hydraulikbohrern überschneiden sich mit tektonischen Brennpunkten. Nur 8 davon entsprechen den Trägerfrequenzen des Synchronisators. Das sind die Orte. Schick Teams los. Das muss sofort passieren. Ein neuer Techniker wird in etwa 45 Minuten die Arbeit von Sean übernehmen. Ich will, dass er in alles eingewiesen wird. Okay. Hier ist Jack. Jack, ich bin's. Ich hätte dich nicht angerufen, aber irgendwas stimmt nicht. Was? Was meinst du damit? Ich werde beobachtet. Ständig fährt der gleiche Wagen am Haus vorbei. Weiß die EU oder die Polizei Bescheid? Nein, ich habe nur dich angerufen. Verschließ die Türen. Ruf die Polizei. Ich bin so schnell ich kann da. Jack, ich habe die Pläne von Madsons Komplex für dich. Danke. Ich gehe jetzt rein. Ich melde mich wieder, wenn ich Kim gefunden habe. Ich gehe jetzt rein. 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 Was ist das? Was ist das? Wo ist der hin? Was ist das? Ein Dringling! Ein Dringling! Ein Dringling! Ein Dringling! Dave, Madsen wollte, dass ich dir mit dem Mädchen helfe. Nicht nötig. Wir haben sie bereits zur Verbrennungsanlage verlegt. Sie ist eine Kämpferin. Aber ich werde schon mit dir fertig. Okay, einverstanden. Das ist ein Dringling! 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 Okay. Das war's für heute.